Tempo unabhängig sowohl leise als auch laut spielen zu können ist für mich super wichtig. Achtet dabei vor allen Dingen auch auf die Dynamik in euren Grooves. Was heißt das? Das heißt, dass eure Snare zum Beispiel nicht super laut sein sollte, während der Rest eher so moderat ist. Gleiches gilt auch für Fills. Spiele ich jetzt ein Fill so, wie als wir den ICE durch den Bahnhof düsen und man versteht nichts mehr oder spiele ich ein Fill so, dass man wirklich unterschiedliche Nuancen spielen kann und unterschiedliche Aspekte wahrnehmen kann? Mein Tipp dafür ist, nehmt euch selbst auf, denn nur so könnt ihr wirklich kontrollieren, ob die Dynamik in einem Groove oder einem Fill stimmt. Quelle Anfausten